Es ist die zehnte Ausgabe des Symposiums Lunge gewesen. Wie sehr ist so eine Veranstaltung heutzutage nötig? Die ist nötiger denn je, weil das Wissen um die Erkrankung nach wie vor nicht weit verbreitet ist, weil 40 Prozent der Erkrankten noch nicht wissen, dass sie diese Erkrankung haben, weil die Ärzte die Diagnose nicht in der Frühphase stellen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, die Behandlungsmöglichkeiten haben enorm zugenommen und viele Ärzte sind nicht über das gesamte Spektrum und die Möglichkeiten informiert. Manchmal ist es hilfreich, wenn der Patient nachfragt oder anstößt, dass über dieses oder jenes nachgedacht wird. Der dritte Punkt ist, die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich so geändert, dass auch da sehr viel Aufklärungsbedarf ist. Als ein Beispiel, was ich heute hier demonstriert hatte, auch referiert hatte, die physikalische Therapie, die heute bei schwerer Erkrankung generell für jeden budgetneutral möglich sein sollte. Das alles in Summe wird auf solchen Veranstaltungen vermittelt. Der Betroffene, die Angehörigen können hinterfragen, können Dinge auf den Weg bringen, von denen der Betroffene profitiert. Wie war Ihr Eindruck? Wie ist es auf diesem Symposium gewesen? Also ist es wieder so gewesen, dass es etwas Neues gab und dass dieser Austausch wirklich sehr gepflegt wurde? Es gab mehrere hochspannend aktualisierte oder neue Dinge. Erstens Spielregeln für die Impfung. Die Impfung, die Pneumokokkenimpfung, ist bei COPD-Patienten erstens notwendig. Zweitens von der Ständigen Impfkommission mittlerweile auch in einer modifizierten Art zugelassen. Aber das Wissen darum, die Umsetzung, wie gesagt, ist noch begrenzt, wird verbreitet. Zweitens, der gemeinsame Bundesausschuss hat im Dezember des vergangenen Jahres beschlossen, dass bei Patienten mit schwerer COPD, da gibt es einen Lungenfunktionsmesswert, ein Sekundenluft kleiner 35 Prozent, ohne dass das das Budget des Arztes belastet, physikalische Therapie verordnet bekommen können. Das ist ein, aus meiner Sicht, großer Schritt in die richtige Richtung. Das muss vermittelt werden. Und wir haben heute ja hier auf dem Kongress gesehen, wie wenige überhaupt darüber wussten und wie wenige dieses Angebot deutlich verbessert wahrnehmen. Also da ist enormer Bedarf. Der dritte Punkt ist dann die allgemeine Therapie. Die stand ja heute nicht zur Diskussion. Das ist etwas, was alle zwei Jahre abgehandelt wird. Auch da gab es einige Neuerungen, die spätestens nächstes Jahr referiert werden müssen zum Wohle der Patienten. Sie haben auch ein Plädoyer dafür gehalten, dass die COPD und die Lungenkrankheit an sich mehr wahrgenommen werden sollten und dass es eigentlich auch Ihre Prognose war so, in der Zukunft eigentlich immer, immer wichtiger werden wird. Was ist der Grund? Wir sind eine alternde Gesellschaft. Je älter wir werden, umso höher ist das Risiko, dass wir eine COPD entwickeln. Art 1, Art 2, es gibt Umwelteinflüsse auf diese Erkrankung, die sich negativ auswirken, die auch dazu beitragen werden, dass dieses Krankheitsbild wahrscheinlich noch weiter zunehmen wird. Und drittens, der Raucherschaden ist bereits vor zehn oder zwanzig Jahren gesetzt worden und selbst wenn weniger geraucht wird, ist das etwas sehr Positives aus der Sicht der Volksgesundheit. Aber für den Betroffenen kann das trotzdem bedeuten, dass die Krankheit bereits angestoßen wurde. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns über diese Erkrankungen in den nächsten Jahren immer noch intensiv unterhalten. Die Gesundheitsökonomen prognostizieren eine erhebliche Zunahme der Gesundheitskosten in diesem Sektor. Und das müsste eigentlich gar nicht sein. Inwieweit gibt es denn aus Ihrer Sicht Entwicklungspotenzial, was neue Methoden, neue Medikamente angeht? Wir erleben gerade, dass Medikamente, Substanzen zusammengeführt werden, dass die Betroffenen nicht mehr zwei Geräte verwenden müssen, sondern nur noch eins oder möglicherweise für die, die es dann wirklich brauchen, dass nicht mehr drei Geräte verwendet werden, sondern eins. Da stehen kurz vor der Einführung, das ist eine Frage von Wochen oder Monaten noch. Das ist der eine Punkt. Der andere wurde heute hier auch mehrfach nachgefragt. Wir lernen immer mehr über die Bedeutung von Substanzen, die für etwas ganz anderes entwickelt worden sind und jetzt hier eingesetzt werden. Bestimmte Antibiotika wie Acetromycin, was heute auch ja intensiv diskutiert wurde, das dritte ist, dass die apparative Therapie Fortschritte macht. Die Beatmungsgeräte werden kleiner, sie werden intelligenter, sie werden vom Patienten dadurch bedingt besser akzeptiert. Das vierte ist, dass wir gerade im Bereich der Sauerstoffversorgung davon ausgehen müssen, dass hier große Fortschritte in den nächsten Monaten, vielleicht zwei Jahren gemacht werden, dass nämlich auch die Sauerstoffgeräte nicht mehr vom Patienten nur noch eingestellt werden, sondern die Intelligenz haben, das Richtige einzustellen, automatisiert. Viel, viel Fortschritt und darüber muss geredet werden. Es war das zehnte Symposium, es war Ihr letztes als Tagungspräsident. Es wird weitergehen. Was wünschen Sie der Veranstaltung? Ich wünsche der Veranstaltung, dass sie seriös bleibt, wie sie bisher war. Ich wünsche der Veranstaltung, dass sie die herausragenden Referenten hat, wie in der Vergangenheit. Das heißt, fachkundig und ich wünsche der Veranstaltung, dass sie medial noch mehr verbreitet wird. Wir können gar nicht genug Information streuen, nicht nur in Richtung Betroffener, sondern auch in Richtung Gesundheitspolitik, in Richtung Kostenträger. Das würde ich mir sehr wünschen. Ganz herzlichen Dank. Bitte. Vielen Dank.